Wendlich, ca. 17, primär ansprechbar, Verdacht auf Ritten, Serienfraktur, Hämatopf, Neumotorax. Wie sind die Werte? Frequenz 130, Blutdruck 170, Sättigung 100% zu 100% Sauerstoff. Schockraum, was habt ihr denn gegeben? 0,3 mg Fenta, 5 mg Dormicum, je 1 Liter Häs und Ringer, eine Bühlau rechts, 500 ml Blutinitial gelaufen. Sind sie neu hier? Habt ihr noch nie gesehen? Ja, sie werden mich jetzt wohl noch öfter sehen. Was ist dagegen? Den würde ich auch nicht von der Bettkante schubsen. Fertig und 1, 2, 3. Notfalllabor Kreuzberg und 4EK fertig machen lassen. Der Junge ist offenbar von einem Bauchgerüst gefallen. Passanten haben uns verständigt. Die ist eine Menge Blut durch die Drainage ab. Wir werden eine Thorakotomie durchführen müssen. Vielleicht findet ihr in seinem Rucksack noch seine Personalien. Sie haben aber einen schönen Ring. Danke. Brauchen Sie mich auch? Im Moment nicht. Man sieht sehr gut aus. Schädel und Thorax CT dazu, Wirbelsäule und Becken. Ist das Ökofarbe noch sündhaft teuer? Ach Eberhard, das tut mir leid von vorhin. Ich wollte dich nicht so anschnauzen. Aber ich habe mich über Hansen und diese neuen Anordnungen tierisch geärgert. Herr Brennig, bitte zum Empfang. Herr Brennig, bitte zum Empfang. Ja, ist schon gut. Mit Hansen werden wir wohl leben müssen. Schön Ringer ist der hier. Ich glaube, der neue Notarzt hat auch so einen. Kann schon sein. Und nicht vergessen. 0,3 Milligramm Fenta, 5 Milligramm Dormicum, G1 Liter Häs und Ringer, eine Bühle auf rechts, 500 Milliliter Blut initial gelaufen. Ist sie neu hier? Habt sie noch nie gesehen? Ja, sie werden mich jetzt wohl noch öfters sehen. Gibt's dagegen? Ist das Öko-Farbe? Sündhaft teuer! Ach Eberhard, das tut mir leid von vorhin. Männlich, circa 17. Primär ansprechbar. Verdacht auf Ritten, Serienfraktur, Nämatopneum und Thorax. Wie sind die Werte? Frequenz 130, Blutdruck 170, Sättigung 100% zu 100% Sauerstoff. Schockraum. Was habt ihr denn gekriegt? Den würde ich auch nicht von der Bettkante tupsen. Fertig und eins, zwei, drei. Notfalllabor Kreuzberg und 4EK fertig machen lassen. Der Junge ist offenbar von einem Baugürst gefallen. Passanten haben uns verständigt. Liste Menge Blut durch die Drainage ab. Wir werden eine Thorakotomie durchführen müssen. Vielleicht findet ihr ja in seinem Rucksack noch seine Personalien. Sie haben aber einen Schönring. Danke. Brauchen Sie mich noch?